TV-Persönlichkeit Iris Klein hat ihr Engagement als Model in New York mit Bravour gemeistert. Herzlichen Glückwünsch, Iris Klein, 56. Daniela Katzenbergers, 36. Mutter hat ihren großen Job als Model hinter sich gebracht, und das auf der renommierten Fashion Week in New York. Iris Klein in Luxushotel auf dem Laufsteg Für die deutsche Designerin Pia Bolte traute sich Klein in einem Luxushotel in Manhattan tatsächlich auf den Laufsteg. Laut Angaben von RTL trug sie ein tief ausgeschnittenes Tanktop, darüber einen Bläser im Comicstil, wie er in Boltes aktueller Kollektion zu finden ist. Eine knallenge Lackleggings und pinkte Enkelboots rundeten das Outfit ab. Zum Ende der Modenschau wurde Klein sogar noch eine besondere Ehre zuteil. Sie durfte mit Designerin Bolte noch einmal Hand in Hand auf den Catwalk. Es war mein erstes Mal als Laufstegmodel, aber es hat richtig Spaß gemacht, erzählte sie später gegenüber, bunte. Pia Bolte ist begeistert von Iris Klein. Übrigens hatte Iris Klein bereits in der Vergangenheit kleinere Modeljobs. Damals waren ihre Töchter Daniela und Jenny Frankhauser, 31, allerdings noch klein. Jetzt holt Bolte sie zurück in die Modewelt. Vor ein paar Wochen erklärte die Designerin im Interview mit RTL, Iris und ich kennen uns schon zehn Jahre. Jetzt haben wir uns mal wieder getroffen und gemerkt. Wir sind echt auf einer Wellenlänge. Klein passe hervorragend zu ihrer Linie, so Bolte weiter. Ich unterstütze auch Best-Age-Models und möchte keine Hungerhaken haben. Als wir uns jetzt getroffen haben, habe ich gemerkt, wie toll Iris sich verändert hat. Ihr Aussehen ist ja wahnsinnig toll geworden. Ich würde sagen, sie trägt jetzt eine 40 42. Und das ist genau das, wo ich sage, das passt super. Sieht so aus, als ob endlich wieder Freude ins Leben Kleins kommt, nachdem sie zuletzt vor allem wegen ihres Rosenkriegs mit Peter Klein, 56, und den Auseinandersetzungen mit Yvonne Wölke, 41, in den Schlagzeilen war. Natürlich ist ihr neuer Freund, Mr. T., mit in den USA. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erwartet die beiden erst einmal viel Arbeit. Gerade hat Klein ein Haus in der Nähe von Worm, wo auch Jenny Frankhauser lebt, gekauft. Allerdings muss dieses noch komplett renoviert werden. Bisher steht nur der Grill im Garten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017